26.000 Euro mit einem einzigen Auftrag als Hochzeitsplanerin. Neben mir habe ich hier unsere Kundin, die Julia Weiß. Und wir führen heute mal ein gemeinsames Interview. Herzlich willkommen, Julia. Danke, lieber Christian. Geht's dir gut? Mir geht's gut, Dankeschön. Ja, perfekt. Morgen ist ja der WPXA, unser Kundenevent. Und dann haben wir gesagt, Julia, hast du Lust, einen Vorabend mal vorbeizukommen? Und einfach mal über unser Training zu sprechen, über unsere Erfolge zu sprechen. Aber mich würde erst mal interessieren, und wir werden auch gleich mal erklären, warum ich das Interview führe. Vielleicht weißt du es noch gar nicht, aber ich will dann einfach noch mal eine Anekdote erzählen aus einem 1 zu 1 Call mit dir. Was mich aber erst mal interessieren würde, was machst du? Hochzeitsplanerin? Destination Wedding Plannerin? Erzähl mal. Ich bin Hochzeitsplanerin mit Sitz in Süddeutschland. Und genau, habe mich spezialisiert auf Hochzeiten in Süddeutschland, in der Schweiz und vor allem in Norditalien, Destination Weddings. Cool. Okay, wie kamst du dazu? Also mein Herz brennt schon immer für Italien. Ich habe Hotelfachfrau gelernt, ganz früh mit 16 habe ich angefangen. Meine Ausbildung war in renommierten Häusern in der Schweiz, in St. Moritz unter anderem. Ich habe ein Jahr in England gelebt, habe dort schon Hochzeiten begleitet hinter den Kulissen, durfte dort auch schon einiges mitnehmen und habe dann, ich glaube mit 23 oder so in Koblenz die Sommelier-Schule besucht. Habe dann dort mich in Sachen Wein weitergebildet und bin dann danach auf ein Weingut in die Toskana und habe dort gearbeitet. Also ich habe auch familiäre Verhältnisse, also ich bin halb Italienerin und deswegen mein Herz brennt schon immer für Italien sozusagen. Sprichst du Italienisch? Ein bisschen, ich bin leider sehr deutsch aufgewachsen. Deswegen jein. Und ja, mein Herz brennt einfach schon immer dafür und ich liebe einfach Italien. Okay, und wie lange oder seit wann bist du Hochzeitsplanerin? Also offiziell mache ich jetzt ja meine Agentur gegründet 2019 und ja, ansonsten immer halt hinter den Kulissen, ja. Okay, wie lief es so an, als du angefangen hattest? Ja, mäßig. Also ich habe eine Weiterbildung gemacht in Sachen Hochzeitsplanung, weil ich habe zwar gewusst, ich habe schon ein Wissen da, ein Grundwissen sehr gutes. Aber für mich war klar, Hochzeitsplanung allgemein ist natürlich schon ein umfangreiches Thema. Ich möchte mich da nochmal ein bisschen weiterbilden und habe das dann auch gemacht. Ich habe dann eine Weiterbildung gemacht und habe dann aber relativ schnell gemerkt, da gehört einiges mehr dazu, wie nur Hochzeiten zu planen, sage ich jetzt mal. Weil auf einmal musste man irgendwie eine Webseite bauen können. Man musste ja auch gefunden werden. Dann habe ich mich über SEO versucht und habe da versucht, mich irgendwie richtig zu platzieren. Aber es ist halt wirklich viel Arbeit und ich habe da selber gemerkt, ich komme ganz schnell an Feindeszen. Also Suchmaschinenoptimierung, das man auf Google gefunden wird. Das heißt, diese Ausbildung, nenne ich es jetzt mal, die du gemacht hast zur Hochzeitsplanerin, war das irgendwie zertifikatmäßig irgendwas? Ja. Okay. Eine Art Fernstudium? Ja. Zumindest in die Richtung. Genau, es lief online alles ab, genau. Und da ging es aber gar nicht um Themen wie Marketing, Webseite? Es wurde, also Webseite ging schon drum. Wir konnten da natürlich schon eine Webseite bauen. Das habe ich auch so die Basics gelernt. Aber ich habe mir im Nachgang jetzt rückblickend sehr viel selber beigebracht. Und der Marketing wurde angeschnitten. Aber ich habe natürlich gemerkt, lang nicht das, was ich benötige, um natürlich auch erfolgreich eine Hochzeitsplanerin zu sein. Und für mich war definitiv mein Wunsch, ich möchte das nicht als Hobby betreiben, sondern ich möchte einfach natürlich auch das ausleben und möchte das Vollzeit machen. Okay. Was hat das gekostet, wenn ich fragen darf? Damals 6.000 Euro. Okay. Okay. Jetzt würde es mich natürlich interessieren. Also du hast jetzt gesagt, du warst nicht ganz so zufrieden damit. Okay. Wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Tatsächlich durch Instagram, durch eine Story von der Melanie. Melanie hat ja immer ganz schöne Sachen angesprochen, die mich dann getriggert haben. Etwas, wo ich dann mich selber erwischt habe und gedacht habe, hm. Was hat sie gesagt? Was hat dich getriggert? Ja, vor allem so Marketingthemen. Ihr müsst mehr raus, ihr müsst Marketing machen und ihr müsst euch gut einfach verkaufen. Und ich habe das sofort gemerkt, oh mein Gott, genau das ist mein Problem. Also ich weiß es definitiv nicht, wo ich ansetzen muss, damit ich auch diese Anfragen einfach generiere, die ich brauche. Was hast du denn bis dorthin gemacht? Also SEO hattest du gesagt, Suchmaschinenoptimierung? Ja, Suchmaschinenoptimierung. Da kam ich aber auch schnell an meine Grenzen, weil ich dann nicht wusste, okay, ich möchte auch Schweiz abdecken. Wenn ich im Schweizer Netz bin, dann bin ich wieder nicht da zu finden, wo ich im... Also das ist ja so ein Wahnsinns-Thema, wo ich da auch einfach an meine Grenzen kam. Und ja, ich sage mal, ich habe halt so die typischen Google Ads standardmäßig da, wo nichts rauskam, gemacht. Kam nichts raus? Nein. Was hast du ausgegeben bei Google Ads? Drei Euro am Tag. Okay. Total gering halt. Also kurz für die Zuschauer, wenn ihr einen kurzen Side-Tipp mitbekommen wollt. Drei Euro am Tag sorgt halt wahrscheinlich für gar keine Ergebnisse. Nein, nein. Und wenn ich Anfragen bekommen habe, dann einfach nicht die, wo ich auch generieren wollte. Und ja, Instagram war auch so ein Thema, wo ich dachte, oh Gott, ich traue mich irgendwie nicht, in die Kamera zu sprechen. Ich habe doch Probleme, überhaupt Reels zu drehen. Auf was muss ich alles achten und so weiter. Ich war komplett überfordert damit. Und ja, ich habe eigentlich auch auf Instagram nichts mehr gemacht, wie mal einen Beitrag irgendwie für 20 Tage zu bewerben. Ja. Okay. Aber du hast da schon ab und zu mal einen Auftrag bekommen? Ja. Okay, alles klar. Wie waren da so die Aufträge? Wie verlief das so? Also, ich hatte tolle Aufträge, aber ich hatte auch einige tolle Aufträge, weil ich eine gute Kollegin hatte, die einfach zu viele Hochzeiten hatte, die mir immer wieder abgegeben hat. Das war auch mein guter Start, sage ich jetzt mal. Aber es war einfach nicht genügend, sage ich jetzt mal, zum davon leben. Ah, okay, alles klar. Jetzt kamst du oder bist auf uns aufmerksam geworden. Du hast dann unsere Story gesehen. Hast du uns länger verfolgt oder hast du dich recht schnell bei uns gemeldet? Nee, ich habe euch tatsächlich länger schon verfolgt. Und ich habe immer überlegt und dachte, oh Gott, schon wieder ein Coaching. Soll ich das jetzt machen? Ich habe schon so viel Geld in Coachings investiert. Ja. Und deswegen war für mich erst mal, hm, ich weiß nicht, ich warte mal noch ab. Und es war für mich aber relativ schnell klar, weil ich bin eben Mama und ich hatte immer zwei Jobs und musste da irgendwie schauen, wie kriege ich das alles unter einen Hut. Und für mich war klar, ich möchte ja meinem Kind was gönnen können. Und auch ich, ich möchte ja nicht immer nur in meinem Hamsterrad irgendwie sein, zwischen Hauptberuf und gucken, dass ich irgendwie die Hochzeiten hinbekomme. Ja. Und ja, so kam das dann dazu, dass ich gesagt habe, okay, 2024 wird mein Jahr und ich gehe jetzt all in. Wie lange hast du uns verfolgt, bis du dich gemeldet hast bei uns? Also ich muss sagen, das weiß ich tatsächlich ja noch gar nicht. Nee, gar nicht, aber intensiv glaube ich zwei, drei Wochen länger war das gar nicht. Ah, okay, das geht ja noch. Ja. Okay, aber wie lange kanntest du uns schon? Also Carina eigentlich vom ersten Tag an, wo ich mit der Hochzeitsplanung begonnen habe, einfach weil halt auch Carina bekannt ist. Sie war ja da immer gut dabei und unterwegs, sage ich jetzt mal, von dem her, ja. Okay, alles klar. Dann hast du dich bei uns gemeldet. Du hast uns so zwei, drei Wochen intensiv verfolgt. Ja. Hast gesagt, okay, noch ein Coaching. Skepsis war schon da, würde ich sagen, oder? Ja, das war definitiv da. Okay. Okay, so, dann meldest du dich bei uns. Du hattest dann dein Beratungsgespräch mit Melanie, soweit ich weiß, ne? Ja. Okay, wie verlief das? Super. Nein, also ich muss sagen, ja, die Melanie, die hat mich gleich dort gepackt, wo sie mich packen musste. Also die hat sofort verstanden, wo so mein Problem liegt. Okay, was hast du ihr so erzählt? Also das, was du mir gerade wahrscheinlich auch so... Ja, genau, so wie es ist. Okay. Genau, so wie einfach die Situation war. Brauchst du mehr Anfragen? Ja, mein Problem war einfach immer, wie schon erwähnt, ich bin alleinerziehende Mama, ich hatte dann zwei Jobs, ich musste irgendwie alles unter einen Hut bekommen, ich konnte meinem Kind immer gerecht werden und ohne, dass ich gleich bei jedem Ding in die Höhe ging. Also weil ich einfach auch überfordert war und ich habe gewusst, irgendwo, ich brauche mehr Anfragen, damit ich diesen Hauptberuf einfach leben kann. Und ich, für mich auch ganz wichtig, ich brauche einfach auch die Sicherheit, ich brauche die Sicherheit, dass halt einfach auch diese Anfragen reinkommen. Ja. Und ich wusste, ich kann das nicht. Also bei diesem Wissen, was ich jetzt habe, geht es bei mir nicht. Okay, alles klar. Gab es irgendwelche Learnings aus dem Beratungsgespräch schon, an die dich vielleicht erinnern kannst? Also für mich war nach dem Beratungsgespräch, also für mich, also ich wusste, ich höre mir das jetzt mal an, ich hatte ja schon so viele Coachings, ich höre mir das jetzt einfach mal an und gucke mal, wie das so wird. Und schlussendlich habe ich da ja auch wirklich das 1 zu 1 gebucht und im Nachhinein muss ich wirklich sagen, es war die beste Entscheidung ever und es hat mich einfach dazu gebracht, dass ich gewusst habe, ich will 2024 all in gehen. Was bringt mir das jetzt noch, wenn ich jetzt nochmal fünf Coachings buche und da einfach nicht weiterkomme, ich mache das jetzt richtig. Und für mich war das halt auch so toll, weil es halt wirklich speziell auf Hochzeitsplanung geht und ich wusste, die Carina hat diesen Weg schon komplett durch, die Melanie auch. Die Melanie kann dich davon nicht, aber die Carina und deswegen wusste ich, also man lernt ja eigentlich von denen, wo die schon dort sind, wo man auch hin will. Ich muss natürlich einmal kurz korrigieren, es geht natürlich um Hochzeitsplaner, weil du den Hochzeitsplanerkurs hast, also die Traurredner und die DJs, die haben da ein anderes Training, muss man dazu sagen. Aber was mich einmal interessieren würde, hast du direkt im Beratungsgespräch dann den Entschluss gefasst und gesagt, wir machen das, weil das weiß ich jetzt tatsächlich gerade nicht. Okay, das heißt direkt im Beratungsgespräch wurde das fix gemacht. Ja. So, wie lange hat es dann noch gedauert, bis du bei uns gestartet bist? Nicht mehr lange, ich habe zu Melanie gesagt, ich möchte so schnell wie möglich starten. Ich glaube, Gespräch war 29 statt 12, also kurz vor Silvester. Das Beratungsgespräch? Ja, und ich glaube, gestartet bin ich Anfang Januar, also das ging ratzfatz. Okay, alles klar. Dann hattest du dann Onboarding. Mhm. Gut, Onboarding geht ja bei uns jetzt nicht so lange. Und wie waren so die ersten Tage in dem Training? Also ich habe gemerkt beim Brilliant, habe ich gemerkt, es fällt mir einfach leicht, da weiß ich schon einiges, weil ich habe es ja auch jetzt schon drei Jahre gemacht. Das Brilliant Training, ja. Ja, genau. Aber es waren trotzdem nach wie vor Sachen drin, wo ich dich wusste, wo ich selber dachte, interessant zu wissen, dass es solche Sachen gibt, wo man einfach anwenden kann. Und ja. Also man muss kurz dazu sagen, Brilliant ist sozusagen das Einsteigertraining. Und du durchläufst natürlich auch das Brilliant, weil wir wollen, dass alle auf einen Stand kommen. Und dann bist du in die Masterclass. Also du durchläufst halt die ersten drei Trainings bei uns, weil du hast das dritte Training bei uns gebucht. Brilliant, Masterclass. Ja. Und hast natürlich bei uns auch eine WhatsApp-Gruppe. Das heißt, du bist ja mit den Coaches, mit uns bist du in einer WhatsApp-Gruppe. Wie ist so das Training? Also einfach mal, wie ist das Training für dich? Also ich muss sagen, für mich persönlich ist es das beste Training, was ich je hatte. Das sage ich auch jedem so. Also, weil es halt einfach definitiv so ist. Sehr prüent jetzt. Ja, aber es ist eben so. Nee, für mich ist es wirklich das Beste, was ich je hatte. Und für mich ist auch definitiv, das habe ich auch schon zu Melanie gesagt im Beratungsgespräch, für mich lohnt sich das nur, wenn ich das 1 zu 1 habe. Ich habe schon so viele Trainings gemacht und ich brauche jetzt das 1 zu 1, dass ich einfach dorthin komme, wo ich hinkommen möchte. Weil man muss natürlich jetzt auch sagen, das 1 zu 1, wir stellen das natürlich nicht jedem vor, aus verschiedenen Gründen. Und bei dir war das natürlich jetzt sinnvoll, weil du hattest ja auch schon gewisse Aufträge. Du bist im, muss man sagen, im Luxussegment. Du bist im Luxussegment unterwegs, hast ja auch schon ein paar Aufträge. Und jetzt geht es natürlich darum, nochmal auf ein anderes Level letztendlich zu kommen. Ja. Okay, du hast ja auch 1 zu 1 Coachings mit uns. Kannst dich an das erste erinnern? Ich glaube, du hast zu mir gesagt, doch, ich glaube, ich weiß noch, du hast zu mir gesagt, ja, Julia. Weil das erste war mit mir. Ja. Ja, wir beide hatten das erste 1 zu 1 Coaching. Und dann hast du mich gefragt, ja, wann willst du endlich diesen Schritt in die Selbstständigkeit wagen? Dann habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, wenn ich genügend Anfragen habe. Dann hast du gesagt, ja, aber Julia, so geht es nicht. Du kannst doch nicht so viel arbeiten und dann gar keine Zeit haben für das Marketing. Wie soll das funktionieren? Ja, also man muss jetzt dazu sagen, ich empfehle jetzt nicht jedem zu kündigen. Ich empfehle jetzt nicht jedem zu kündigen. Aber bei dir war es natürlich so, wir haben uns deine Zahlen angeguckt. Ja. Ich habe mir deine Zahlen genau angeguckt. Wir gehen ja ja schon sehr persönlich rein. Also, keine Ahnung, gucken uns von mir aus auch noch das Geschäftskonto oder so an. Und dann hast du natürlich gesagt, hier, du bist noch angestellt irgendwo. Ja. Willst du sagen, was du damals verdient hattest? Ja, also ich habe wirklich einen Minilohn gehabt. Es hat mich, ja, ich habe verdient 1.600 netto. Ja. Für wie viel Prozent? Für 70 Prozent. Ja. Und alleinerziehende Mutter. Ja. Wie alt ist deine Tochter? Fünf. Fünf Jahre. Und dann erzählst du mir natürlich von einem Zeitstruggle. Und dann gucke ich mir die Zahlen an. Und dann, glaube ich, habe ich dir auch recht deutlich gesagt, du solltest kündigen. Ja. Und das sagen wir natürlich nur dann so direkt, wenn es halt auch wirklich Zeit ist. Glaubst du, das war eine gute Entscheidung? Ja. Also ich habe mich wirklich total frei gefühlt danach. Ich weiß noch, du hast es zu mir gesagt und dann war für mich klar, ja, okay, der Christian wird schon wissen, was er mir da erzählt. Nein. Doch. Aber ich hatte da schon natürlich Vertrauen drin. Und dann habe ich das auch tatsächlich so gemacht. Also wir haben darüber gesprochen. Ich habe am nächsten Tag meine Kündigung geschrieben. Ich konnte dann eine Nacht nicht so gut schlafen, weil ich dann im Bett lag und habe dann meine Tochter angeguckt und dachte, oh Gott, schaffe ich das alles? Und aber ich hatte wirklich dieses ruhige Gefühl, weil ich wusste, ich habe euch im Background. Okay. Ihr seid da, ich habe mein 1 zu 1. Wenn ich was habe, dann kann ich mich an euch wenden und ich kann auch wirklich sagen, genau, so ist es definitiv. Und das hat mir geholfen. Also ich hätte niemals diesen Schritt alleine gewagt ohne euch. Niemals. Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Jetzt hatte ich ganz am Anfang was erzählt von 26.000 Euro pro Auftrag. War das, das weiß ich jetzt nämlich gerade nicht, vor diesem 1 zu 1, vor diesem ersten Call mit mir oder danach? Ui, gute Frage. Ich glaube, es war, ich glaube, es war, nee, es war davor sogar. Es war davor, kurz davor war es und dann hatten wir das Gespräch. Und natürlich muss man jetzt dazu sagen, die Anfrage kam noch vor dem Training. Ja. Was hättest du mit dem Training oder was hättest du ohne des Trainings, mein Gott, ohne des Trainings, was hättest du ohne des Trainings abgeschlossen? Also ich hatte immer mein Standardhonorar, sage ich jetzt mal. Ich habe immer genommen 7.400 Euro für die Planung inklusive Wedding Day Manager. Also komme, was wolle. Komme, was wolle. Da will jetzt jemand für 100.000, 150.000 Euro heiraten und dann nimmt die Julia 7.000 Euro. Ja, das war wirklich so tatsächlich, ja. Und dann hatte ich tatsächlich eine Anfrage, also es war wirklich Anfang des Jahres, habe ich eine Anfrage bekommen, für einen Verlobungsantrag zu organisieren in Finnland. Und ja, dann hieß es, okay, ich darf diesen Verlobungsantrag begleiten, darf damit und anschließend die Hochzeit am Koma See planen. Cool. Ja. Das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Ja, das war ein richtig toller Auftrag und ich war total happy, dass mein Jahr so gut anfängt. Okay, jetzt kommst du bei uns ins Training und ich glaube so, das Erste, was wir dann sagen ist, naja, nimm das und das Honorar, dann rechnest du das aus und sagst, ja, da kommen ja 26.000 Euro raus. Ja. Ja, da heiraten ja andere dafür, für das Geld. So, war es leicht in dem Beratungsgespräch diesen Preis zu nennen? Total, also ja, tatsächlich war das so. Also ich war damals, ich muss ja dazu sagen, als diese Anfrage kam, das war ja ganz frisch, dass ich bei euch angefangen habe, ich war da noch gar nicht an diesem Punkt beim Honorar, aber ich bin dann gleich an diesem Punkt geswitcht und habe nachgeguckt, wie ihr das natürlich dann auch empfehlt. Ich habe das so gemacht, es war total easy, von ihm kam, ja, klar. Okay. Ja. Krass. Und ich hatte mit einem Auftrag, mit einem Kunden dann meine 26.000 Euro. Hattest du spezielle Mindset-Probleme? Nee. Oh, doch. Hatte ich die? Ja. Ja? Ja. Also, da können wir nochmal ganz kurz das vorherige Thema, dieses Thema Selbstständigkeit, das Thema Sicherheit. Ja, das war für mich ganz schlimm. Ja, das ist für mich, ja. Ich will nämlich noch eine kurze Anekdote erzählen, einfach in eigener Sache. Ich weiß nämlich, wir hatten diesen Call und ich war an dem Tag im Homeoffice, das heißt, ich habe von zu Hause diesen 1 zu 1 Call gemacht und dann nach dem Call bin ich dann mit meiner Freundin, wir haben dann gefrühstückt und dann habe ich gesagt, gehe ich so raus und habe gesagt, es hat jetzt gerade eine wegen mir gekündigt. Dann haben sie gesagt, wie, es hat jetzt einer gekündigt. Ich habe gesagt, die soll kündigen, das macht gar keinen Sinn. Ja, du hast jetzt einfach gesagt, die soll jetzt kündigen. Ja, klar, das macht auf jeden Fall keinen Sinn. Ich glaube, es war auch einer der wichtigsten und besten Entscheidungen für dich, weil wir auch auf jeden Fall das Potenzial bei dir sehen. Dann würde ich mal was zu dem Thema Learnings. Was sind so deine größten Learnings aus dem Training? Also definitiv Marketing, also ist für mich so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ich wahnsinnig viel einfach dazu lerne. Dann auch gerade auch Mindset natürlich, einfach auch die Einstellung. Also das sind schon ganz, ganz wichtige und auch, was für mich auch wichtig ist, einfach die Struktur auch. Also es war für mich auch ein Thema. Ich habe zwar gewusst, okay, wie ich meine Hochzeiten plane, aber einfach diese strukturierte, ordentliche Planen, damit man auch wirklich jetzt mal eine gewisse Anzahl an Hochzeiten planen kann und da nicht irgendwie ständig ins Strugglen kommt. Also das war schon wahnsinnig viel, wo mir einfach auch abgenommen hat, wo ich dachte, warum nicht gleich so einfach. Ja, okay. Google Ads. Ja. Google Ads. Warum muss ich lachen, Julia? Ja, Christian. Ich glaube, du bist der Spezialist für Google Ads. Ja, das musst du jetzt nicht holig im Mund schmieren. Das ist so. Also ich muss ja sagen, ich habe schon ganz viele Google Ads geschaltet. Also ich habe es ja vorhin mal angesprochen, aber ich habe schon Stunden damit verbracht, sage ich jetzt mal. Also wir hatten es mal angeschnitten in diesem, in meinem anderen Kurs und ich habe auch zig Weiterbildungen schon versucht, in anderen Marketing-Sachen. Ich kam da nie weiter und ich habe auch schon Stunden im Internet verbracht mit YouTube über Google Ads, aber ich war noch nie dort, wo ich heute bin. Also ich glaube, können wir mal die Sprachnachricht von heute Morgen einblenden? Ja. Also wir blenden jetzt gleich mal hier die Sprachnachricht von heute Morgen ein. Chris, heb dich fest. Ich habe schon wieder eine Anfrage, also ich habe keine Ahnung, was du mit deinen Zauberhänden hier gemacht hast. Aber eine obergeile Anfrage. Budget Lecomo 100.000 Euro. Yes. Ah, Chris, ich kann es nicht glauben, ich habe gerade eben schon wieder eine Anfrage erhalten. Ey, jetzt glaube ich hier mein Schweinpfeich. Was hast du da gemacht? Schon wieder Google? Und ich habe gesagt, juhu, ich kann es gar nicht glauben. Natürlich muss man sagen, wir sind gerade noch in der Testphase. Wir haben ja Google Ads bei dir. Also ich habe mir das ja vorher angeguckt, habe dann auch gesagt, warum das nicht so ganz funktioniert. Und dann haben wir ja erstmal diese Landingpage gebaut. Wir haben uns ja auf Hochzeiten in Italien konzentriert. Und dann habe ich gesagt, hier, ich übernehme das jetzt gerade einfach. Ich gehe mal schnell in dein Konto rein und schalte diese Google Ads dann. Und dann hatten wir jetzt, glaube ich, vor drei Tagen oder so ein paar Änderungen da angenommen. Aber auch das Thema Instagram-Marketing ist ja, glaube ich, das spielt ja halt so ein bisschen damit zusammen. Weil ich glaube, viele suchen so diese Abkürzung beim Thema Google Ads, dass sie so sagen, okay, ich will das einmal aufsetzen und dann will ich damit halt keine Probleme mehr haben und lass mir die Ruhe mit Marketing. Ich mache jetzt Google Ads. Ich glaube, was ja auch bei dir nochmal so das Besondere ist, ist so dieses Thema Instagram-Marketing. Also du zeigst ja auf Instagram wirklich, in welchem Bereich wir bei dir unterwegs sind, in welchem Preissegment und so weiter. Und das ist ja alles sehr, sehr hochwertig, alles sehr exzentisch bei dir auf Instagram. Und dann das Thema Story. Ja. Vorher natürlich, glaube ich, recht Probleme, so wie Kameras sprechen, sich zeigen. Ich habe mich nie in den Storys gezeigt. Es war für mich der absolute Horror, auch irgendwie Reels zu sprechen. Absoluter Horror. Also ich habe da wirklich, und ich habe in Instagram schon eine Fortbildung davor euch gemacht. Ah, okay. Und ich... Was hat die gekostet? Ich glaube auch dreieinhalb habe ich gezahlt. Das ist... Okay. Davon wusstest du jetzt auch noch nichts? Ja. Hier kommen einige neue Sachen an sich. Ja, ich habe wirklich viel gemacht in Sachen Coaching. Was hast du insgesamt an Coaching ausgegeben vor unserer Zeit? 20.000. Okay. Ja, eine Menge Geld und ich kam nie weiter. Deswegen habe ich auch erst überlegt. Aber es hat sich dann im Beratungsgespräch absolut sofort gelegt. Und ich kann heute sagen, es war die beste Entscheidung, definitiv. Okay. Wem würdest du denn unser Training empfehlen? Jeder, der weiterkommen möchte, der einen Schritt in die Selbstständigkeit gehen möchte. Auf jeden Fall. Sofort. Okay. Was... Das einfach nochmal abschließend. Was schätzt du so in der Zusammenarbeit so am meisten? Was sind so diese Punkte, wo du sagst, so das ist das, wo du besonders Wert drauf legst? Also ich finde einfach das Persönliche. Und ich muss auch immer sagen, ich kriege immer relativ schnell Antwort. Also es geht total zügig bei euch. Egal, ob das auch irgendwie spätabends ist oder so. Also man bekommt immer Antwort schnell. Es wird bei jedem Problem irgendwie geholfen. Auch wenn es irgendwie nur ein Denkfehler ist. Oder also das muss ich halt sagen. Es ist einfach der persönliche Kontakt auch mit euch. Okay, alles klar. Was glaubst du, was sind so jetzt so deine Ziele? Wo soll es hingehen? Wo werden wir die Julia Weiß in ein bis zwei Jahren sehen? Ha. Weil das Training geht ja noch ein paar Monate. Muss man ja auch mal dazu sagen. Ich habe schon gedacht, hoffentlich geht es noch ganz lang. Du bist ja jetzt erst drei Monate dabei oder vier Monate. Januar war es, ja. Ja, du bist jetzt drei Monate dabei. Ich meine, du redest, wir haben ja jetzt schon echt einige Meilensteine erreicht. Also wir haben jetzt mal die Google Ads richtig gemacht. Beim Thema Website gab es auch manchmal das ein oder andere Problem. Man strukturiert einen Anfragenprozess. Ja. Auch das Thema Preis. Aber wo geht es in einem, wo werden wir in ein bis zwei Jahren mit dir stehen? Ja, ich hoffe, ich bin total erfolgreiche Luxus-Hochzeitsplanerin mit meinen 40 Hochzeiten im Naiv-Jahr. Okay. Also da möchte ich hin, ja. Okay. Ich möchte da gut von leben können. Ich möchte nicht überlegen können, kann ich mit meinem Kind jetzt da in Urlaub und so weiter. Das ist definitiv mein Ziel, klar. Okay. Wie viele Hochzeiten hast du dieses Jahr? Ein bisschen Sex. Okay. Genau, das war ja noch ohne euch. Ja, okay. Ohne mein ganzes Marketing. Aber dadurch, ja, ich habe es ja immer nur, ich hätte auch gar nicht mehr machen können wie meine acht Hochzeiten im Jahr. Das ging gar nicht, weil ich ja noch Hauptberuf, also ich war ja, das ging nicht. Ja, ja. Okay. Freut mich auf jeden Fall. Vielen Dank für das Interview. War, finde ich, sehr, sehr aufschlussreich. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gefallen. Und ich glaube, es ist jetzt einmal klar geworden, warum ich das Interview gemacht habe, weil ich hatte einfach diese Anekdote noch von unserem ersten 1 zu 1 Call. Und ja, wir sehen natürlich sehr viel Potenzial bei dir, wie natürlich auch bei vielen anderen Kunden. Sonst nehmen wir die meistens ja nicht als Kunden auf. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir mit dir noch einige Meilensteine erreichen werden. Und natürlich auch für die Zuschauer und Zuhörer Podcast YouTube, wie auch immer, wenn ihr natürlich Interesse an einem kostenlosen Beratungsgespräch habt, wenn ihr auch sagt, okay, da habe ich mich irgendwo wieder gesehen, dann vereinbart gerne ein kostenloses Beratungsgespräch. Link dazu einfach unten in der Beschreibung, rechts links neben dem Video und dann einfach ein kurzes Beratungsgespräch vereinbaren. Ihr werdet angerufen von einem unserer Mitarbeiter und dann gucken wir einfach mal, wo ihr steht, wohin die Reise hingehen kann, wie viel Potenzial in eurem Hochzeitsbusiness drin steckt. Und dann würde ich sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Video. Ciao.